Hallo, mein Name ist Daniela Tietze, ich bin die Geschäftsführerin der Firma LTH. LTH steht für das Lichttechnikhaus Vertriebs GmbH. Die Firma gibt es seit 1994. Wir haben auch dieses Jahr wieder einen Stand zur Showtech hier in Berlin. Einmal, weil wir unseren neuen Produktkatalog vorstellen möchten. Das ist wieder ein 288 Seiten starker Katalog, bunt gemischt mit Produkten aus der professionellen Veranstaltungstechnik. Wir haben Brands im Vertrieb, wie zum Beispiel ETC, ARRI, legen aber mehr und mehr verstärkt auch unseren Augenmerk auf eigene Produkte, die unter dem Markennamen Squareled auf den Markt gehen. Dort sind spezielle Produkte für den Theatermarkt, ganz interessant und zu erwähnen. Wir haben zum Beispiel einen LED-Fresnell-Scheinwerfer mit 200 Watt Lichtleistung, der eigentlich genau das Gerät ist für jeden Theateranwender, weil wir einfach die lange Lebensdauer der LED nutzen können. Das Gerät gibt es in zwei Lichtfarben, einmal warmweiß, einmal kaltweiß. Unsere Range geht auch weiter von den LED-Fresnell-Scheinwerfern auch zu LED-Profilern. Sprich, wir versuchen hier die ganze Gesamtbandbreite von Scheinwerfern, die in Theatern zum Einsatz kommen, mit LED-Technik hier abzudecken. Da haben wir zum Beispiel eine Serie an Profilscheinwerfern, die anfängt bei 50 Watt, 100 Watt, 130 Watt bis 160 Watt in verschiedenen Abstrahlwinkeln, mit Farbwechselmöglichkeiten, auch in verschiedenen Farbtemperaturen, also warmweiß, kaltweiß. Kommen Sie vorbei, schauen Sie es sich an. Es ist wirklich sicherlich auch für Sie was Spannendes mit dabei.